Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute darf ich es endlich bekannt geben. Und zwar habe ich mit Dalton eine Lieblingstasche rausgebracht. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir mal zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, in Malaga haben wir nicht nur uns die Sonne auf dem Pelz scheinen lassen, sondern wir haben auch Ideen entwickelt. Und da kam tatsächlich die liebe Melli auf die Idee, so, hey, Claudi macht doch ständig irgendwie coole Unboxings auf ihrem Kanal. Wäre es nicht irgendwie eine coole Sache, wenn wir ein Beauty-Täschchen mit Claudi-Unboxing-Gedönsen machen würden, herausbringen könnten? Und ja, das hat sich dann so ergeben. Und irgendwie haben wir dann danach noch so ein bisschen geschrieben. Also Janine und ich. Und ja, dadurch ist diese Tasche entstanden. Ihr könnt sie ab jetzt bestellen. Unten in der Infobox ist auch der Link dazu. Da sind meine fünf Lieblingsprodukte in der Gesichtspflege-Geschichte von Dalton drin enthalten, die wirklich für jeden Hauttypen auch geeignet sind. Und manche der Produkte könnt ihr auch auf verschiedene Arten und Weisen verwenden. Und ab heute bis zum 18. gilt auch mein Code Beauty Claudi für 20% Rabatt auf alles, außer Streichpreise. Das heißt, auch dieses Täschchen bekommt ihr 20% günstiger, sodass die noch, ich glaube, 61,88 kosten wird. Aber hier sind auch wirklich meine absoluten Favoriten drin. Die geilsten Produkte, die ihr bei Dalton quasi finden könnt, meiner Meinung nach. Und ich bin einfach ein Riesenfan von dieser Meereskosmetik. Und ich muss es kurz nochmal an dieser Stelle sagen, meine sensible Haut liebt Meereskosmetik, weil die ganzen Wirkstoffe, die da drin sind, kommen halt so aus dem maritimen Bereich. Und da das Leben auch aus dem Meer kommt und du leben bist und ich leben bin und wir dann ja auch in dem Sinne aus dem Meer kommen, ist das Ganze auch sehr, sehr gut für sensible Häutchen geeignet. Ja, so, ich würde sagen, wir starten einfach mal, indem ich euch zeige, was hier drin ist. Und ja, zuallererst haben wir natürlich dieses wunderschöne Täschchen, was sich auch 1a eignet, um es auf Reisen mitzunehmen. Denn das war auch so ein bisschen mein Hintergedanke, weil es ist jetzt Sommerferienzeit. Und da ist es doch eine ganz coole Geschichte, wenn ich euch zum einen so ein Täschchen mit an die Hand geben kann und zum anderen Produkte, die ihr auch im Sommer richtig gut verwenden könnt. Ja, wenn man die Tasche aufmacht, dann bekommt man auch ein bisschen liebe Grüße von mir und es wird auch noch eine Produktkarte drin enthalten sein, wo ihr auch Informationen zu den Produkten findet. Dieses hier müsste euch bekannt vorkommen. Das hat jede von euch dann auch in ihrem Dalton Täschchen drin enthalten. Und hier haben wir dann auch die Produkte. Ich bin so aufgeregt, Leute. Ich starte mit meiner absoluten Lieblingsampulle, denn ich persönlich liebe die Ampullen von Dalton. Die machen halt wirklich was mit deinem Gesicht und das nicht nur für mal eben kurz, sondern halt wirklich auch für mehrere Tage. Und auch langfristig wird das Hautbild verbessert. Und das ist auch so ein bisschen der Grundgedanke hinter meinem Brain-Gedönsen gewesen, als ich den Inhalt der Box, der Tasche so gemacht habe, ne? Dass man halt auch irgendwie so ein bisschen, ja, sich mit dem Inhalt langfristig verschönern kann. Und das auf eine sehr, sehr sanfte und schöne Art und Weise. So, hier habe ich natürlich die Caviar Deluxe Ampulle mit reinpacken lassen. Die ist einfach großartig. Verwendet die, wenn ihr irgendein spezielles Event habt, wenn ihr irgendwas, man nennt sie auch die Hochzeitsampulle, ne? Wenn ihr richtig geil was vorhabt. Ich habe die auch mitgehabt, als ich Julius entbunden habe und habe die anstatt von quasi sämtlicher Gesichtspflege auch verwendet im Krankenhaus. Und es tat mir einfach gut. Es ist eine schöne Sache. Da ist richtig viel Serum drin, was du halt für Gesicht, Hals, Dekolletie verwenden kannst. Die macht ein wunderschön gefotoshopptes und genährtes Hautbild. Und hier haben wir natürlich Caviar drin enthalten. Und du merkst auch diesen Luxusmoment auf dem Gesicht, wenn du die verwendest. Und ich liebe es. Also dieses Zellomere-Meeresextrakt ist da auch mit dran drin. Muscheln, Algen, Meerwasser, Kaviar, Austern, Plankton, ne? Richtig geil. Und ja, das Kaviar, was da drin ist, der Kaviar, der da drin ist, der gibt einfach der Haut, was sie haben muss. Und jetzt im Sommer ist es halt auch eine schöne, leichte Pflege, wenn man halt wirklich sagt, Mensch, ich möchte irgendwie nur mal eben so ein bisschen was auf die Haut geben und dann einfach in die Sonne gibst du dir das auf, gibst du dir ein bisschen Lichtschutzfaktor drüber, ein bisschen mehr vielleicht, und bist dann halt auch ready for the Badesee oder sowas. Das nächste Produkt, was hier drin ist, war auch klar, dass ich es hier mit reinpacke. Und zwar, ich muss eben rausfirmeln, ist meine absolute Lieblingsmaske, Leute. Das ist die Hydrolift Maske. Die ist großartig. Wir haben hier richtig viel Serum drin enthalten. Diese Maske gibt Feuchtigkeit. Sie strafft das Gesicht. Sie ist bis zu dreimal verwendbar. Du hast um die Maske, das ist ja so ein Hydrogel-Material, ne, auch so Fließ, also nicht Fließ, sondern so Zellstoff, damit das nicht so aneinander babbt. Das empfehle ich euch, wenn ihr die das erste Mal verwendet, auf das Dekolleté zum Beispiel zu legen. Und das gibt da halt auch nochmal richtig schön Pflege, weil so viel Serum hier drin ist, das solltet ihr nicht verschwenden. Bewahrt die auf jeden Fall im Kühlschrank auf. Und wenn ihr dann irgendwie von einem heißen Tag in der Sonne reinkommt, gönnt euch die hart. Oder morgens als Energiekick. Also das ist wirklich eine so großartige Maske, die richtig viel mit eurer Haut anstellt und die nachher so schön aussehen lässt. Und alle Produkte können jeder, jede, jeder Hauttyp kann das verwenden. Also egal, ob trockene Haut, ob Mischhaut, ob ölige Haut, ob reife Haut, ob junge Haut, ob Männerhaut, ob Frauenhaut, jede Haut. Und das ist so cool. Ob sensible Haut, natürlich auch, ne. Und ja, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich habe auch letztens meiner Freundin, die jetzt, yay, schwanger geworden ist, diese Maske auch mal mitgegeben, weil sie halt sagte, oh Mensch, meine Haut, die eskaliert so. Hast du irgendwie was? Habe ich ihr die gegeben? Und die ist, also die sagte, was ist das für eine Maske? Ich brauche mehr davon. Großartige Maske, die absolut mit in diese Tasche reingehört. Und was hier auch mit der Fall ist, du hast im Prinzip ja auch noch Augenpads mit dabei, weil diese Aussparungen, wo die Augen normalerweise wären, sind ausgeschnitten, aber nicht abgeschnitten. Das heißt, entweder nimmst du die Pads und, ja, klappst sie so um, dass du die direkt an die untere Augenpartie packst oder, kleiner Tipp von meiner Seite, du schneidest die ab, legst die rein, dass du die dann quasi am Morgen verwenden kannst und die Maske verwendest du am Abend. Also du kannst es dann halt, ne, es ist wirklich so großartig. Und diese Maske ist ein Saugnapf. Und die hält richtig gut. Ich kann damit wirklich Staubsaugen. Ich kann damit wuseln. Ich kann alles damit machen, ohne dass sie mir vom Gesicht rutscht. Die hält wirklich absolut fest. Und das ist mir persönlich auch immer wichtig, weil ich nach dem Duschen diese Masken meistens verwende und mich dann immer so eincreme und so. Und dann rödel ich halt durch die Gegend und dann habe ich keine Lust, dass mir die Maske dann im Laufe der Zeit entweder runterrutscht oder nach vorne wegfällt. Das habt ihr bei dieser Maske tatsächlich nicht. Wundervolles Produkt. Sehr empfehlenswert. Und ja, sie ist erfrischend, straffend und glätten steht hier auch noch drauf. Absolut. Ich finde sie einfach wundervoll. Aber natürlich habe ich hier auch noch meine liebsten Augenpads mit reingepackt. Die halten so gut, dass ihr dann über der Decke, äh, und nein, Quatsch, über Kopf an der Decke staubsaugen könntet damit, wenn ihr es schafft, an der Decke staubsaugen. Das sei euch überlassen, wie ihr das hinbekommt. Aber theoretisch wäre das möglich, weil die auch richtig gut halten. Die rutschen nicht. Und was die halt machen, das ist ein Bügeleisen, ne? Die machen dir wirklich eine wundervoll erfrischte, glatt gebügelte Untere-Augen-Partie und das auch wirklich nachhaltig. Also nicht nur mal eben kurz, sondern auch wirklich für einen längeren Zeitraum. Also wirklich ein paar Tage lang hält der Effekt diese Augenpads an. Und ich finde sie so empfehlenswert, dass ich sie unbedingt hier mit drin haben wollte, weil ich möchte, dass jeder und jede, der oder die jemals bei Dalton bestellt, diese Augenpads auch mal ausprobiert, weil die einfach erste Sahne sind. Ich habe noch nie so gute Augenpads gesehen. Und ja, deswegen wollte ich sie mit reinpacken. Das ist sogar jetzt auch in der neuen Verpackung, ne? Die sind lifting, hydrating, calming, also auch beruhigend, wenn ihr zum Beispiel auch so geschwollene Augen habt oder so. Also ist das wirklich klasse. Die sind vegan. Dann ist auch das Augenpad an sich, was hier drin ist, biologisch abbaubar. Das ist einfach so toll gemacht. Und ihr könnt die natürlich auch super auf Reisen mitnehmen. Und ja, ne? Mega. So, jetzt habe ich natürlich noch ein ganz, ganz neues Produkt, was ich euch auch zeigen möchte, was großartig ist. Also es gibt ja die neuen High Concentrates von Dalton, die rausgebracht wurden. Und dieses Triple Ceramide Serum ist einfach mein absoluter Favorit. Und das haben wir hier in der Tasche auch in Reisegröße mit dabei. Und das stärkt eure Hautbarriere. Ihr habt einen Sofort-Effekt. Und das ist einfach, er macht, also eher der Serum. Das Serum macht auch so viel mit eurer Haut. Verwendet das nach eurem Toner und vor eurer Gesichtscreme. Und ihr werdet sehr, sehr schnell einen Effekt feststellen können mit dem Produkt. Ihr werdet euch die Finger danach lecken und sagen, ich brauche mehr davon. Ich finde es so empfehlenswert. Meine Mama hat auch sehr sensible Haut zum Beispiel. Deswegen, ich hatte sie auch immer im Kopf, als ich diese Tasche halt auch zusammengestellt habe. Und das hier wäre auch für sie einer der Booster, die ich ihr so empfehlen würde. Weil das stärkt die Hautbarriere, das mindert die Rötung, das beruhigt alles so ein bisschen, ein bisschen sehr. Und sei es nach einem Sonnenbrand ist das, oder nach einem zu exzessiven Sonnenbaden, ist das eine wundervolle Geschichte. Die ich euch einfach empfehlen möchte. Ceramide sind super wichtig, um die Haut auch wirklich zu stärken, um die Haut auch wieder zu regenerieren. Und ja, da ist auch der schützende Goldseetank drin. Das hatte ich euch auch auf Instagram angeteasert. Viele haben gedacht, ich hätte ein Nudelbild gepostet. Nee, Leute, das war Goldseetank. Und ja, dann Panthenol natürlich. Es ist einfach ein wundervoller Wirkstoff. Und Ceramide und ich, wir sind einfach so, ich bin so glücklich, dass Daltone diesen Booster rausgebracht hat. Und dass ich den jetzt hier auch mit in die Tasche packen kann. Also ein ganz, ganz neues Produkt. Einfach mega Empfehlung, Leute. Richtig, 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 richtig toll. Und das letzte Produkt, was hier drin ist, ist in einer absolut normalen Full-Size-Größe, weil ihr das auch wirklich zweckentfremdet verwenden könnt. Das ist so eine großartige Gesichtscreme. Die ist relativ basic. Das heißt, wenn ihr wirklich auch intensive Wirkstoffe haben wollt, verwendet das in Kombination mit den High Concentrates. Aber es ist halt ein super Produkt, um halt auch wieder eure Hautbarriere zu stärken, sensible Haut zu beruhigen und sie mit Feuchtigkeit zu versorgen. Aber auch ölige Haut braucht ja zum Beispiel Feuchtigkeit. Deswegen ist dieses Produkt wirklich super geeignet. Und wer schon das ein oder andere Video von mir gesehen hat, weiß, dass ich diese Creme nicht nur im Gesicht verwende, sondern auch im Unterstübchen. Denn das ist die allerbeste Aftershave-Creme, die ich je ausprobiert habe. Und seitdem ich die verwende, habe ich halt untenrum keine eingewachsenen Härchen mehr. Ich habe keinen Rasurbrand oder so Rasierpickelchen oder sowas. Hast du nicht. Also verwendet das gerne auch mal einfach untenrum und schaut, wie das so funktioniert. Es gibt diese Creme auch in unterschiedlichen Varianten. Auch in der reichhaltigen Variante. Ich habe halt einfach jetzt gerade Sommer und so weiter die Medium-Variante gewählt. Und das ist halt auch die Variante, wo ich persönlich der Überzeugung bin, dass es auch für jeden und jede geeignet ist. Also für jeden Hauttypen geeignet ist. Und das ist die Sensitive Care Derma Balance Beruhigende Creme Medium. Übrigens auch richtig gut geeignet, wenn man unreine Haut hat. Weil das halt auch so richtig schön beruhigt und so. Wir haben hier weniger spülbare Hautbeschwerden. Steht hier drauf. 37% haben das bestätigt. Und 42% haben bestätigt, dass die Lebensqualität verbessert wurde. Definitiv, wenn deine Haut beruhigt ist, hast du natürlich weniger Juckreiz. Du hast weniger, dass Entzündungen sich böse anfühlen. Oder wenn du auch generell gerötete Haut hast, Koporose oder sowas, ist das halt einfach auch eine beruhigende Sache. Oder bei Neurodermitis zum Beispiel. Sehr, 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 sehr angenehm. Die ist duftstofffrei. Was natürlich auch für sensible Haut super wichtig ist. Und hier haben wir auch wieder die Meeresmineralien drin. Und eine Skin Repair Formel. Ja, sehr empfindliche Haut kann das sehr gut vertragen. Und wie gesagt, absolut auch super geeignet als Aftershave Cream. Oder auch natürlich, wenn du einen Sonnenbrand hast, dir das dann drauf zu machen. Ich hatte zum Beispiel in Malaga Sonnenbrand auf meinen Fußsohlen. Da hatte ich vergessen, Sonnencreme drauf zu machen. Ein großer Fehler. Und habe mir das dann drauf gemacht. Und dadurch ist der Sonnenbrand auf meinen Füßen sehr, sehr schnell verheilt. Und hat auch nicht gepellt oder so. Also das ist vielleicht halt auch so eine Sache. Oder wenn ihr das im Nacken habt oder so. Das sind ja die Stellen, die man einfach gerne mal vergisst. Ist das auch eine schöne Sache. Wir haben hier eine leichte Konsistenz in der Creme mit drin. Die sich auch nicht zu schwer anfühlt. Und sich auch super mit der Lichtschutzfaktorpflege verbinden lässt. Also richtig, richtig empfehlenswert. Schaut einmal so aus. Und wir haben einen Pumpspender. Ich liebe Pumpspender. Ich finde, das ist einfach eine ganz, ganz tolle Applikationsform. Ihr merkt, ich bin so aufgeregt. Weil ich hoffe einfach, dass euch die Box genauso gefällt wie mir. Ich habe da einfach viel Gehirnschmalz reingesteckt. Und habe an alle meine Freundinnen gedacht. Ich habe an alle meine Familienmitglieder gedacht. Ob Papa, Mama, Oma. Alle waren bei mir im Kopf, als ich mir überlegt habe, was könnte ich hier reinpacken. Ich kriege das gerade nicht zusammengefriert mit. Egal. Und ich habe mir halt auch einfach gedacht, selbst wenn man Masken faul ist, was meine Mama ja zum Beispiel ist, dann ist es auch gar nicht so verkehrt, wenn man eine Maske hat, die sehr hochwertig ist, die man dann vielleicht halt wirklich für einen besonderen Moment aufbewahrt und dann halt auch verwendet und sich dann einfach mal gönnt. Weil, also ich hätte die Box am liebsten, die Gönnendier-Box genannt. Denn das kommt tatsächlich dem Inhalt auch am nächsten. Und ich finde einfach, dass diese Box wirklich für jeden geeignet sein sollte. Und ja, dass ihr da auf jeden Fall Freude dran habt. Aber definitiv, falls ihr sagt, Mensch, ich habe aber Bock auf Linie XY von Dalton, falls ihr euch dort schon mal umgeschaut habt, super gerne auch. Beauty Cloudy mit 20% Rabatt gilt auch dort. Bis zum 18.06. Und ich denke, dass da jeder definitiv was finden wird, weil Dalton eine so große Bandbreite an Pflegeprodukten hat. Und wirklich für jeden ist was mit dabei. Aber ich persönlich würde sagen, dieses Set ist ein wundervolles Einstiegsset. Ob für einen selber oder zum Verschenken zum Beispiel. Um einfach mal die Pflege von Dalton so ein bisschen auszuprobieren und sich dem Ganzen mal so ein bisschen anzunähern. Ja, vielen Dank an Dalton, dass das Ganze realisiert werden konnte, dass ihr das mit mir so durchzieht. Und vielen Dank an Melly vor allem auch, an die Ideengeberin. Also ihr kam die Idee tatsächlich. Und ja, deswegen schaut auch gerne bei Melly vorbei. Sie hat in der gleichen Zeit wie ich ebenfalls einen Code und wird auch das ein oder andere Dalton-Produkt heute zum Beispiel in dem aufgebraucht, Video zeigen oder auch in der kommenden Woche. Und da werde ich auf jeden Fall auch mal vorbeischauen und mich immer wieder inspirieren lassen. So, das war es jetzt aber auch hier von mir. Ihr Lieben, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal mein letztes Video. Und hier kannst du, wenn du möchtest, und es noch nicht getan hast, diesen Kanal super gerne einmal kostenlos abonnieren. Denn ich würde mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!